Hallo, du bist da? Ja, ich habe ein bisschen geschlafen. Ja, ich komme gleich. Ich mache für dich auf. Oh, das geht. Wie kann ich dir helfen? Bruder, meinst du, du kannst heute auf meinen Hund aufpassen, das wird zu korrekt, weil ich habe sonst niemanden. Ein paar Stunden und mit dem vielleicht später noch spazieren gehen, weißt du, was ich meine, Bruder? Aber der ist klein, ne? Ach, Bruder, der ist Habibi, der chillt einfach, Bruder. Der ist ganz cool, ist ja egal, wie groß der ist. Weißt du, was ich meine, Bruder? Soll ich den rufen, Bruder? Also der ist ganz lieb, Bruder, der ist zwar nicht so klein. Ich bin ja auch lieb, ist ja kein Problem. Bruder, du kannst mit dem chillen, alles cool. Weißt du, was ich meine? Soll ich den rufen? Mit dem kann man auch Netflix und chillen, ne? Du kannst mit dem auch Netflix and Dog, weißt du, was ich meine, Bruder? Okay, okay. Ja, ruf dir an, ruf dir an. Palak! Ja, Bruder, da ist der Habibi. Bester Mann. Ja, ja, bester Mann. Das ist dein Hund? Ja, Bruder, das ist mein Hund. Wie soll ich denn mit dem Netflix and chillen? Bruder, mit dem willst du alles, der ist bester Mann. Guck mal, der ist Habibi. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der in meiner Wohnung. Ja, Bruder. Wie lange? Fünf Minuten? Zwei Minuten? Bruder, ich brauch zwei, drei Stunden. Und gehst du noch mit dem raus? Spazieren, mit dem soll ich spazieren. Bist du krank? Du kannst auch mit dem reiten gehen. Okay, okay. Der beißt nicht. Nein, der beißt nicht. Bruder, guck, der kann ja nicht beißen. Guck mal, Bruder, der hat viel zu klein. Der ist lieb. Der hat saubere Zähne. Ich hab noch zu Hause seine Zähne geputzt. Okay. Ja, lass ihn rein, lass ihn rein. Papa, getch. Rein. Okay, Bruder, dank dir nochmal. Du bist der Beste, Habibi. Ja, Habibi. Ich dank dir. Ähm, pass auf den auf. Oder, ja, pass auf dich auf. Ja, 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 das hat er, Bruder, auf mich aufpassen. Auf jeden Fall, äh, es war so drei Stunden, sagen wir, 20 Uhr spätestens bin ich hier, Bruder, okay? Okay. Weiß Bescheid, ne? Viel Spaß, Bruder. Viel Spaß, pass auf ihn gut auf. Tschüss. Hau rein, wir sehen uns, Bruder. Bis gleich. Jee! Jee! Du! Meinst du, wir können zusammen Netflix gucken? Willst du meine Hand essen, oder was? Bleib doch ruhig. Ich versteh nicht, was mein Kollege mir hier bringt zum Monster. Ich soll mit dir eine Stunde chillen. Bleib ruhig. Ich hoffe, du beißt mich. Ich hoffe, du beißt mich nicht. Check. 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 Check, check. Gib doch. Check, check, check. Check, check. Check, check. Mach mal dein Mund zu. Mund zu. Mhm, guck, der hat doch. Mach mal dein Mund zu. Mund zu. Sehr gut, sehr gut. Ich geh mir jetzt essen, Moment, weil ich hab Hunger. Bleib da, bleib da. Du bewegst dich nicht. Oh, jetzt hier sind Konflikte. Oh, jetzt hier sind Konflikte. Oh, Mann. Hallo, hallo. Wir haben keine Zeit. Ich bin gerade beschäftigt. Wir zocken gerade. Call of Duty. Ich und dein Mund. Ja, der ist sehr brav. Der ist der beste Mann. Ja? Brav. Ja, was? Wenn du kommst, klinge, klinge. Tschüss, 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 tschüss. Bleib du ruhig, ne? Jo, Leute, was geht? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier mit meinem Schatz, die Verlag. Auf jeden Fall. Ihr habt gesehen. Ich und Cem, wir sind wieder da. Auf jeden Fall mein Brav. Komm mal rein, Witze. Habibi. Auf jeden Fall hier, Cem. Wir haben zusammen ein Video gedreht. Erster Link unten in der Beschreibung. Ihr kommt direkt zu seinem Video. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall. Ich weiß, ihr habt den Cem vermisst. Und hier ist ein Hohni da zusammen. Wir waren nie getrennt. Denkt nicht, wir hatten irgendwie Streit oder so. Jeder hatte sein eigenes Leben, aber wir hatten einfach die zeitlichen Probleme und jeder hat sich um sein Leben gekümmert. Aber jetzt sind wir wieder am Start. Wenn ihr mehr sehen wollt, Leute, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und ja. Wie viele Like so? Wie viele so? Boah, das Video ist aber schon krass, Bruder. Ich schwöre. Ich würde sagen, so. Ab 10.000 Like. Kommt Teil 2 mit Pollack. Mach ich was krasses für euch. Das Video ist einfach so chillige Video. Einfach ganz gechillt für euch. Und Leute, wir haben ja im Video gesagt, dass er mit Pollack spazieren gehen soll. Und das wird er genau machen. Nämlich in meinem Video. Also kommt, erster Link in der Videobeschreibung. Checkt mein Video ab, Leute. Abonniert Frankie. Abonniert mich. Und ihr seht bei mir auf dem Kanal, wie wir zusammen mit Frankie spazieren. Also Frankie spaziert mit ihm. Und ich hab den so vermisst. Ich schwöre, der ist der beste Mann. Ich lenke mich voll ab. Auf jeden Fall, Leute. Checkt sein Video ab. Und vergesst nicht bei mir Glocke aktivieren. Und 10.000 Likes, Leute. Ich weiß, ihr schafft das easy. Deswegen geht drüber aus dem Video. Ich hab dir gesagt. Ich hab die Hohn. Ich hatte meine Rästle. Ich hab die Rästle im Video ab.